Das Libby Garrett Projekt von Kelly Orem. Bei meiner Rezension zum ersten Teil, das Avery Shaw Experiment, habe ich noch gesagt, mal gucken, ob der zweite Teil übersetzt wird und tada, hier ist er schon, beziehungsweise er erscheint im Januar 2022, das heißt nächstes Jahr. Aber ich dachte mir, ich kann das Ganze trotzdem schon mal rezensieren für euch, weil ich es ja schon auf Englisch gelesen habe. Ja, worum geht es in diesem zweiten Teil? Es geht um Libby. Libby befindet sich jetzt in einer quasi Beziehung mit Owen, die aber, ja, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen toxisch ist und ihre Freundin versucht, sie so ein bisschen daraus zu holen, beziehungsweise ihr zu zeigen, dass sie mehr Selbstbewusstsein aufbauen muss und für sich selbst einstehen muss. Und unter anderem kommt ihr dabei eben auch jemand zur Unterstützung und zwar Adam. Ja, und wie das Ganze so ausgeht, das verrate ich jetzt noch nicht, aber es ist auch nicht sehr schwer herauszufinden. Ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, dass das Buch vielen, wirklich sehr, sehr vielen Leuten unglaublich gut gefallen wird. Und andererseits wird es aber auch einige Leute geben, die den ersten Mann kennen und den zweiten nicht so gut finden werden, weil die Geschichte vom Ton her einfach anders gewesen ist. Der Anfang der Geschichte war echt hart, weil meiner Meinung nach Libby einfach nicht mehr Libby ist, die man aus dem ersten Buch kennt. Also sie ist einfach fast ein komplett anderer Charakter. Sie ist echt mit dem größten Volldepp der Nation irgendwie zusammen und das Ganze ist einfach anders, als es im ersten Band irgendwie noch gewirkt hat. Ich zumindest konnte Libbys Unsicherheiten zwar verstehen, was ich aber nicht verstehen konnte, war das Verhalten ihren Mitmenschen gegenüber. Davon ist halt der ganze erste Teil des Buches geprägt. Und genau dieser Teil, ja, der war es einfach, wo es bei mir so ein bisschen gehadert hat und wo es bei vielen vielleicht auch dran scheitern wird. Allerdings ist die Geschichte, ja, es ist die Geschichte einer jungen Frau, die zu sich selbst findet und dabei auch lernt, was Liebe wirklich ist. Und ja, Adam. Adam war einfach toll. Also eigentlich, meiner Meinung nach, ist er fast schon ein bisschen unrealistisch geschrieben. Er ist so ein bisschen überperfekt. Er ist ständig unglaublich rücksichtsvoll und nimmt sich nie selbst an erste Stelle, sondern stellt immer sie. Also es ist halt einfach unrealistisch, dass ein Mensch sich so verhält. Aber okay, du hast mal außen vor gelassen. Man hat hier auch wieder seine Sichtweise, was aber auch ganz gut funktioniert hat, so wie eigentlich auch im ersten Buch schon. Ich persönlich finde es übrigens gut, dass es hier in diesem Buch mal eine übergewichtige Protagonistin gibt. Sowas ist halt wirklich sehr, 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 sehr selten. Allerdings wurde diese Tatsache so ein bisschen dadurch zerstört, ja, weil Libby ja sehr krank, also krank ist und nur deshalb dick ist. Dadurch konnte Kelly Orm aber so ein bisschen diese ganze Ungesund-Debatte so ein bisschen umgehen, weil Libby halt gar nicht abnehmen konnte quasi. Ja, das Buch ist dadurch auch weder so ausgeregt, dass Übergewicht irgendwie verharmlust wird, noch dass Libby sich irgendwie verändert, so wie das in den meisten Geschichten der Fall ist. Ich finde, dass die inneren Konflikte unheimlich gut transportiert wurden. Frage mich aber, ja, ob manche, ja, der nie mit Übergewicht zu kämpfen hatte, hatte jetzt Libby als Protagonistin nicht manchmal etwas nervig finden würde. Ich kann mir vorstellen, dass einige ihr Verhalten gegenüber Owen nicht nachvollziehen werden, weil es selbst mir schon echt schwer gefallen ist und da das ein Problem ist, was ich selbst auch habe, mit dem ich viel gekämpft habe in der Vergangenheit auch, glaube ich, dass ich eher jemand bin, der da verständnisvoller ist als der durchschnittliche Leser oder die durchschnittliche Leserin. Insgesamt ist es aber nicht Libby selbst, die das Buch gut macht, sondern wenn, dann halt Adam, weil er halt einfach toll ist. Ja, was ich auch sagen muss, dass es in dem Buch deutlich mehr um körperliche Nähe geht als im ersten Band. Also es geht halt mehr so in Richtung, in wenig in Richtung New Adult, ohne dass es jetzt aber hier tatsächliche Szenen beschrieben werden oder so. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber diese Beziehung von Libby und Owen, die ist zumindest für ihn eher körperlich. Und in vielen Gesprächen geht es halt auch viel darum zwischen den beiden, aber man hat jetzt keine direkten Sexszenen in dem Buch oder so. Zu Beginn habe ich halt gedacht, es würde in diese Richtung gehen, aber ist es dann halt nicht. Also es gibt halt hier ein paar Kussszenen, aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Ja, wie fand ich das jetzt insgesamt? Total schwer zu beurteilen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe, wie auch schon beim ersten Band und ich kann schwer beurteilen, wie ich es jetzt finden würde. Aber damals habe ich dem ganzen 3,5 Sterne gegeben, einfach weil das Buch an wirklich vielen Stellen auch lustig gewesen ist. Zum Beispiel das pupsende Einhorn in Libbys Zimmer und diese ganzen Katzenshirts. Das ist halt alles sehr, sehr nerdig. Die Frage ist, mögt ihr das? Also mögt ihr dieses Nerdige und dieses, ja, mein Charakter halt einfach so ein bisschen... Manche sagen nervig, andere sagen halt ausgefallen. Je nachdem, wie man es sieht. Also kommt ihr damit gut klar, dann würde ich das Buch euch empfehlen. Falls nicht, dann lasst, glaube ich, eher die Finger davon und lest einfach nur den ersten Band, weil der ist nämlich nicht so extrem. Insgesamt gab es halt auch einiges, was mich gestört hat. Und ich kann nicht sagen, ob ich das Buch, ja, nicht auch schlechter gefunden hätte, wenn ich das zu einem anderen Zeitpunkt gelesen hätte. Also wenn ich es heute lesen würde, ich glaube nicht, dass es noch 3,5 Sterne von mir bekommen würde, sondern eher weniger. Ja, das war es von der Rezension. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns oder hören uns eher beim nächsten Mal.